Also, dass meine Karzeln gut trinken, das weiß ja jeder. Aber so ein kleines Labandiskarzel, das tät natürlich fetzen. Ein paar müssten noch, ein paar Hände müssten noch und ein paar Agen, eine gute Nose muss anholen, ein Mund muss noch, ein richtig schönes Geschlel und ein Hut muss aufhören. Am besten sie endlich auch am Flug. Na gut, wenn ich mir jetzt so angucken, ich glaube, da ist ja alles dran. Sogar ein Hut haben sie gedacht. Klick auf, ich darf mich vorstellen, ich bin das Karzeln. Das Karzeln aus Neidorf. Vom Huss habt ihr vielleicht schon mal was davor gehört. In der Zukunft, da habe ich mir vorgenommen, euch mal ein wenig was zu erzählen. Bisschen was von eurem Hamed, übers Arztgebirg, über eure Geflogenheiten, was wir so machen, und auch von eurer Sprache. Über das Leben halt so im Allgemeinen ein bisschen was. Ein bisschen was schönes. Und wenn ihr wollt, wenn ihr auch was lernen wollt, besonders auch über eurer Sprache, da müsst ihr halt ab und zu mal reingucken. Und das Erste, was mir euch eingefallen ist, wenn ihr euch was lernen kennt, das ist nämlich zum Beispiel ein kleines Lied von mir. Vom Karzeln. Das geht so. Bei euch herzlichen Gruß und klar. Was kostet schon der Scam? Bringe Gott und Heimlichkeit rein in eurer Namen. Wahr und erstell nicht weiss, was Gott ist. Gott ist also ungefähr wie Freud. Habt ihr schliess ein Stück gelernt. Und das Bittel Freud, das wünsch ich euch auch in Zukunft, immer dann, wenn ihr reinguckt. Und bis dorthin, macht's ja erst mal gut. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020